Wenn man sich mit zum Beispiel einem Wassereimer vor Fallschaden rettet, nennen wir das Ganze ja MLG. Doch warum eigentlich? Ausgeschrieben bedeutet MLG Major League Gaming und steht für die erste offizielle E-Sport Liga, welche 2002 gegründet wurde. Lange Zeit wurden die Matches aus diesem Turnier auf ESPN übertragen, bis sie 2016 von Activision Blizzard gekauft wurde und alles eskalierte. Ganz YouTube war plötzlich voll mit Montages, in denen Spieler verschiedener Games ihre besten Plays zeigten. Da das alleine noch nicht reicht, wurden die Videos mit verschiedenen Memes und Effekten bearbeitet und als extrem krass, also MLG, betitelt. Ob der genaue Ursprung der Minecraft-Bezeichnung darin auch liegt, kann man heutzutage nicht mehr wirklich sagen. Vermutlich hat aber einfach nur irgendein Typ einen 360 gemacht, sich mit einem Wassereimer gerettet und dachte sich, wow, was ein krasser MLG-Moment.